hallo zusammen und willkommen zu einem neuen video von mir ihr seht es schon es ist wieder ein tauschpaket und zwar habe ich dieses mal mit der lieben sarah getauscht also vielen dank für das tauschpaket sarah ihr seht es ist einiges drin ich pack auch gleich das päckchen an die seite und wir packen alles einzeln zusammen aus dafür hole ich euch natürlich näher ran im vorfeld möchte ich aber noch eine kleinigkeit loswerden und zwar ist auch schon mit sarah besprochen ich werde jetzt die regeln für das tauschpaket ändern und zwar werde ich erst warten bis ihr mir euer päckchen gesendet habt und werde erst dann meins los senden da eigentlich vor der sarah noch ein anderes tauschbäckchen geplant war aber die werte dame gemeint hat na wir verarschen mal vanessa und sahen mal ein paar produkte ab zumindest kam es für mich so rüber ich habe mein päckchen losgesendet das ist bei ihr angekommen ich habe dann gefragt ja wann sie es los sendet ja sie schickt die tage los etc pp es kam dann nichts ich habe dann noch mal angefragt ich wurde dann ignoriert nachdem ich dann aber geschrieben habe ich mir würde meine konsequenzen draus ziehen kam dann doch noch mal eine mail zurück dass sie es ja nicht hinkriegt aufgrund versandkosten etc pp dann ich sage gut okay dann machst du es halt dann wenn es passt ja dann ging das wieder zwei drei tage dann habe ich wieder angefragt ja wie sieht es aus gibt es was neues wann sendest du es los darauf wurde wieder nicht reagiert und ich habe jetzt meine konsequenzen gezogen sie soll glücklich werden mit den produkten mir ist das relativ egal ich finde es halt echt schade für diejenigen weil es im endeffekt ein tauschpaket jetzt sein können für jemand anders der sich darüber freut ja es ist halt scheiße gelaufen ich ziehe jetzt meine konsequenzen daraus wie gesagt ich warte dann immer bis ihr mir euer päckchen geschickt habt und ich schicke dann einfach meins los ist für mich einfach die sichere sache ich hoffe ihr habt da verständnis für weil ich hatte einfach keinen bock mal drauf ich mache mir da mühe mit einpacken und hast du nicht gesehen und die leute bereichern sich dran ich stehe dann da so nach dem motto ja pech gehabt und da habe ich einfach keinen bock mal drauf und deswegen haben wir das so gemacht und sara war damit auch einverstanden sie hat ihr es auch schon bekommen sie hat auch schon ein video dazu gedreht das packe ich euch natürlich unten in die infobox und ich würde sagen ja lange rede kurzer sinn lassen wir uns den spaß nicht verderben und ich packe das päckchen jetzt an die seite und wir packen das päckchen jetzt zusammen aus so dann würde ich sagen packen wir mal aus und zwar ist das das erste päckchen es ist relativ schwer echt schwierig was da drin ist sagen wir packen es jetzt einfach nur aus das ist das völlig schön vor allem die fläschchen und diese palletten und wahnsinnig wahnsinnig schön auf vielen dank sara das freut mich echt wahnsinnig bei nail art ihr wisst das selber gibt es einfach nicht genug, dann hier selbst, oh, selbst gemixt, das hört sich schon mal gut an, holen wir sie mal raus, oh, das ist aber schick hier, das ist, glaube ich, das selbst gemixt, ja, selbst gemischt, die sind, glaube ich, alle von ihr selbst gemischt, wenn ich das richtig sehe, also einmal hier mit rosa Paletten, oh, da bin ich echt gespannt, die mal auszuprobieren, also, ja, also richtig schick, dann haben wir noch ein grünes, auch mit so Flitter drin, richtig cool, dann, auch in Lila, auch mit so Flitter, die Idee an sich, ja, so glitzert, selbst mixen, total geil, hier, dunkelblau, oh, feines Glitzer geht ja echt immer, also feines Glitzer, da könnt ihr auch selbst euer Glitzergel gestalten und machen, also richtig geil, oh, guckt euch das Gold an, oh, ich freue mich schon auf Weihnachten, da kann ich das auf jeden Fall verwenden, oder jetzt im Herbst, Goldtöne, Brauntöne, bin zwar ich nicht der Fan von, aber für euch würde ich gerne, oder mache ich gerne mal so ein Design, aber ich selber würde es halt nicht tragen, dann hier so ein richtig schönes Orange, richtig geil, dann wieder so ein rosa mit Paletten und Flitter, dann ein Rot, dann ein Weiß, auch richtig schön, auch wieder Paletten drin, und natürlich so ein feines Silber, oh, richtig cool, also vielen, vielen Dank dafür, Sarah, die sind ja immer richtig geil, dann das nächste Päckchen ist auch relativ schwer, es klappert auch ein bisschen, ich weiß noch mal auf, ich bin nicht mal gespannt, ich glaube es ein Gelpolst oder sowas, ah, Nagellack, Nagellack geht auch immer eigentlich, vor allem die Neonlacke, also wenn so Water Marble, also wisst ihr, so mit dem Becher und Wasser und ist mit Nagellack auch total genial, es gibt so richtig schöne Muster, also die beiden Farben habe ich noch nicht, von daher passt es super, da werde ich bestimmt mal ein Video mit machen, also vielen, vielen Dank an dich, Sarah, finde ich richtig cool, bin ich auf jeden Fall gespannt, was ich draus zaubern werde, weil ich weiß es auch meistens nie vorher, was ich draus machen werde, dann haben wir hier das nächste, das fühlt sich an wie ein Rondell, ihr seht, das ist auch die runde Form, ich bin jetzt mal gespannt, was es für ein Rondell ist, wenn ich richtig gehe, ah, oh Fläschchen, oh Fläschchen, ich liebe diese Fläschchen, ich habe ja schon mal ein Video gemacht dazu, mit Nailad und mit Gel, so Anhängerchen, also die kann ich wirklich immer gebrauchen, weil im Freundeskreis und so, also geht immer, vielen, vielen Dank, wir sind sie schon ausgegangen, deswegen passt es perfekt, und dann, oh cool, die sind ja geil, oh, die hole ich euch mal raus, guckt euch das mal an, oh, sind die genial, oder, guckt euch das an, ist das der Hammer, so zum Selbstgestalten, hier mit den Löchern, oh, sind die geil, oh cool, oh, vielen Dank, liebe Sarah, könnte man theoretisch Ohrringe draus machen, oder aber eine Kette, oh, die sind ja richtig, guckt euch das an, sind die geil, oder sind die geil, oh, vielen Dank Sarah, da bin ich echt mal gespannt, mal gucken, was ich draus mache, weil, ich glaube auch, wenn ich so Perlen mit Fimo oder so mache, dann könnte man hier unten, ah, dann lasst mir was einfallen, also wenn ihr da ein Video zu haben wollt, dann lasst es mich natürlich unten in den Kommentaren wissen, wisst ihr ja, dann als nächstes haben wir, ich finde das Geschenkpapier, guckt euch das an, das Geschenkpapier ist ja mal so geil, oder, so schwarz und, also dunkellila, es kommt aber eher schwarz rüber, und dann, ah, voll geil, also was haben wir hier, ich würde jetzt auf Sticker oder sowas tippen, aber irgendwie ist hier was, seht ihr das, was ich nicht einordnen kann, aber, gucken wir mal, packen wir es mal aus, Gott sei Dank hat es nicht ganz so extrem verpackt, weil sonst wäre ich wieder verzweifelt, oh, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, und zwar, einmal, ihr seht es, auf Folie, und zwar richtig schöne Folie, guckt euch hier, mit einer Holzmaserung, hier das Lilane, dann so Rot mit, mit, ja, so leichten Glitzer, dann dieses Blau, facettierte, richtig cool, also, boah, geil, ich liebe ja Folie, bei allem ist es einfach, es ist was für Anfänger, es kann jeder machen, und es hat wahnsinnige Effekte, muss man einfach sagen, dann hier, das sieht aus nach Schablonen, ich bin ja auch immer auf der Suche nach neuen Schablonen, zum Ausprobieren, oh, das sind Schmetterlingsschablonen, müsste ich vielleicht eventuell das nur noch aufkriegen, wo ist mein Helfer, komm her, so, Schere ist parat, ich habe mir angewöhnt, die Schere definitiv immer dabei zu haben, weil, ja, ich als Verpackungsdeb, brauche sie dann doch ab und zu mal, also hier die Schmetterlingsschablonen, also auch richtig cool, bin ich gespannt, die auszuprobieren, ich habe so ähnliche schon mal von der Katrin bekommen, war damit echt zufrieden, aber die in der Form habe ich glaube ich nicht, und deswegen bin ich da auf jeden Fall gespannt, die auszuprobieren, dann Rosenhölzchen gehen natürlich auch immer, perfekt sind die auch zu diesem Watermarvel, oder wirklich so Ziehtechnik könnt ihr damit auch machen, also ihr könnt es vielfältig verwenden, und dann die hier, die habe ich auch, benutze ich allerdings relativ selten, aber trotzdem, wenn ich an meinem kalten Hähnchen arbeite, benutze ich die dann öfters, von daher auch einwandfrei, kann ich immer gebrauchen, Schablonen kann man allgemein immer gebrauchen, dann haben wir das nächste Päckchen, und zwar, das ist echt schwer, ich weiß echt nicht, was da drin ist, also ich würde sagen, ich reiße dieses jetzt auch einfach mal auf, beziehungsweise schneide es in dem Fall auf, es ist manchmal echt schwer zu wissen, wenn kein Hinweis oder so drauf steht, ist es eigentlich echt schwer, rauszufinden, was es ist, oh, und zwar, verschiedene Strasssteinchen, in Rundherzchen, Dreiecken, Parfumus dabei, Tropfenform, also richtig cool, seht ihr das, boah, sind die schön, dann haben wir noch, hehehe, als ob wir es beide gewusst hätten, weil sie hat von mir auch, das seht ihr in ihrem Video, Samt zugesendet bekommen, also auch, ich glaube, sie hat es in weiß, oder hat sie es auch in pink, ich bin mir nicht sicher, ja, auf jeden Fall, Samt geht natürlich auch immer, ist natürlich auch was Besonderes, auch für Nägeln, allerdings, finde ich es jetzt ja, ein paar Tage ist es schön, und dann fängt es halt an, sich einzusauen, das ist ein bisschen schade, aber so für den Moment, der Effekt ist einfach, ja, wer hat schon, wer hat schon, flauschig in den Nägeln, ne, also, geht natürlich eigentlich auch immer, ist, ist was Auffälliges, dann hier, Sticker, schönes Blumenmuster, richtig schick, boah, diesen ja geil, hier mit dem Gold und Pastell, seht ihr das, oh, sind die schön, genial, dann haben wir hier, ich würde sagen, das sind glaube ich Wassertattoos, natürlich Emoji, ist ja gerade zur Zeit eh der Renner, also, von daher geht auch immer, dann hier, äh, ja, Sommer, würde ich sagen, also hier so, Reise, Sticker, Tattoos, die hier habe ich auch, die sind halt mal richtig cool, wenn ihr so, vor allem eignen die sich hier super, wenn ihr jetzt die hier an der Seite nehmt, oder hier, für Designs im Thema Alice im Wunderland, also, wer jemand das Thema Alice im Wunderland machen möchte, also, die kann ich euch echt nur ans Herz legen, weil, die lassen sich da super mit einarbeiten, dann müsst ihr das nicht selber zeichnen, und dann natürlich eins mit, äh, diesen Schriften, einmal in weiß, mit schwarzer Schrift, einmal in schwarz, mit weißer Schrift, auch richtig cool, lässt sich bestimmt was mit zaubern, also, vielen, vielen Dank dafür, Sarah, dann, was nehmen wir als nächstes, als nächstes nehmen wir das hier, oh, da steht diesmal was drauf, hoffe, du magst es, kleines Dankeschön, oh, jetzt bin ich mal gespannt, es ist was Flüssiges, ich hoffe, du magst es, vielleicht ein Bodyspray oder sowas, oder, oh, 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 hier ist es mal aus, oh, riecht das geil, oh, oh, Sarah, du bist echt, oh, vielen, vielen Dank, ich, das, oh, das riecht so geil, oh, jetzt habe ich ein echt schlechtes Gewissen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, weil, das hätte auch nicht sein müssen, das ist, du hast so viele schöne Sachen schon reingepackt, und, jetzt noch das als Dankeschön, das wäre doch echt nicht nötig, ich bin, ihr merkt schon, ich bin sprachlos, ihr riecht es jetzt total genial, Sarah, du bist unmöglich, also, das gibt noch eine Retourkutsche, also, das, ja, da sagen wir jetzt mal nichts zu, sondern, ja, wie gesagt, ich bin total neben der Spritz, das fühlt sich an, wie feilen, kommen wir zum nächsten Weg hier in dem Fall, ich würde sagen, feilen, feilen geht immer, würde ich sagen, oh, sogar verschiedene Farben, ne, vor allem im Sommer, finde ich es auch echt cool, wenn du so bunte hast, und, oh, guckt euch die hier an, sind die nicht geil, so richtig Flower Power mäßig, dann natürlich hier in Neon, also richtig cool, und die natürlich geht, natürlich immer, also, vielen, vielen Dank dafür, ich bin immer noch geflasht von dem Parfum, ne, also, ich komme da drauf jetzt gerade gar nicht klar, weil, oh, das riecht so wahnsinnig, jetzt riecht das ganze Zimmer quasi danach, also, ja, ja, 2, 1 und 2, okay, also, jetzt haben wir hier noch 3 kleine Päckchen, einmal 1, einmal 2, einmal, ja, da steht nichts drauf, und aus meiner kleinen Sammlung, okay, ich würde sagen, wir fangen mit 1 und 2 an, und dann kommen wir zu den Farben, die sie mir noch dazu gepackt hat, die sie aber jetzt nicht so in Geschenkpapier eingepackt hat, aber die hole ich euch auch gleich noch für die Kamera, und zwar, fangen wir mit der 1 an, das fühlt sich an wie diese Döschen, kennt ihr diese Döschen-Türme, so mit Nail Art und so weiter, so fühlt sich das gerade an, also, ja, da habe ich doch recht, das sind diese Nail Art-Türmchen, oder halt ja, diese, diese, wie heißen die Dinger, ja, ihr wisst, was ich meine, ich komme jetzt nicht drauf, äh, hier mit richtig schönem Grün, da ist glaube ich auch so Flitter drin, dann das gleiche nochmal in Silber, auch richtig cool, und natürlich, Gold darf man natürlich auch nicht fehlen, also Gold, Silber und Grün, also das sind so richtig schöne Farben, die auch im Herbst super gehen, vielen, vielen Dank dafür, und dann machen wir die Nummer 2 auf, da habe ich auch total gespannt, was da drin ist, und, oh, Lila, natürlich auch wieder so Glitzer, ich packe mal das mal an die Seite, dann einmal in so einem schönen Rot, dann in einem gigantisch geilen Lila, auch richtig schick, dann in so einem Marine, türkisblau, auch richtig cool, das Glitzer an sich, allgemein, das ganze Glitzer, äh, wie ich vorhin schon gesagt hatte, das hier, das finde ich auch schon genial, und, die ganzen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das ist so, das ist so schön, mit euch Tauschpakete zu machen, das macht so viel Spaß, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, dann aus ihrer kleinen Sammlung, ne, also ich sage ja, es macht so viel Spaß, mit euch Tauschpakete zu machen, und, zu sehen, wie ihr euch auch darüber freut, und, ah, das ist so toll, das macht echt Spaß, oh, Overlays, tada, oh, die habe ich, die habe ich alle noch nicht, jetzt muss ich mal gucken, ich glaube, die habe ich alle gar nicht, ne, also, wir haben einmal hier, diesen hier, mit diesem schönen Stein, den habe ich noch nicht, dann hier so, Kränze, dann hier so ein Herz, auch richtig schön mit dem, und ein Stern, dann, oh, hier die Blume, die ist auch wunderschön, oder, seht ihr das, oh, ist die schick, dann hier auch nochmal eine, mit auch so einem Strassstein drin, boah, sind die cool, oh, ich liebe Overlays, ich kann davon auch nie genug haben, vielen, vielen Dank, Sarah, ich würde sagen, du hast es mal gnadenlos übertrieben, jetzt kommen wir zum letzten eingepackten, ich würde sagen, es ist Pinsel eventuell, oder, ich habe keine Ahnung, es ist, weil es fühlt sich an, als wären es drei Sachen, deswegen ist es echt schwer auszu, äh, Sarah, ich habe dir gesagt, wir haben einen Wert ausgemacht, und du hast es gnadenlos übertrieben, und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, danke dafür, ähm, ja, hier, zwei Fächerpinsel, gehen natürlich immer, vor allem, wenn ihr Glitzer oder so auf den Nagel verteilt, finde ich die echt Bombe, dann natürlich, zwei dünne Pinsel, die, so Schlepperpinsel, die werde ich natürlich dann verwenden, im Nail Art, also die werden auch in Gebrauch kommen, Sarah, keine Angst, äh, vielen Dank dafür, es ist, äh, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin total sprachlos, ähm, und das hört ja nicht auf, das hört ja nicht auf, da kommt ja jetzt noch was, äh, wo ich auch noch total gespannt drauf bin, und, ähm, ja, ja, sprachlos, äh, ja, ich freue mich einfach total, und ich hoffe, ihr merkt es auch, dass ich mich da wirklich drüber freue, weil, wie gesagt, die Tauschpakete, das war so eine spontane Idee, und es hat, äh, die letzten Male halt so super geklappt, außer jetzt das letzte Mal halt, äh, da ist es mal dezent in die Hose gegangen, aber, ähm, ja, an sich, ich habe mich da so drüber, ich freue mich da immer so drüber, und vor allen Dingen interessiert es mich auch, was, was ihr so daheim habt, wovon ihr begeistert seid, oder was ihr toll findet, oder, es ist immer wieder interessant, und ich sende euch ja meine, und ich habe ja meistens neue Produkte bei euch, also nichts Gebrauchtes, sondern meistens neue Produkte bei euch reingepackt, weil, ja, ähm, ich weiß einfach, dass ihr da einfach Freude dran habt, und deswegen, ähm, habe ich das dann mit reingepackt, aber, Sarah, also, da müssen wir nochmal ein ernstes Wort sprechen, alleine deswegen, da müssen wir nochmal ein ernstes Gespräch führen, ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach mal weiter, sonst wird das Video wieder ellenzlang, und ihr schlaft nebenher wahrscheinlich dann noch ein, ähm, als nächstes haben wir hier so Soak of Gel Polish, zweimal, wenn ich das richtig sehe, ich packe es euch mal aus, einmal, zweimal, so, jetzt weiß ich nicht, sind das Farben, oder sind es keine Farben, jetzt gucken wir einfach mal, Oh, das ist ein blaues Glitzer, richtig cool, ich hoffe, ihr seht das, so ein blaues Glitzer, Gel Polish, geht natürlich immer Gel Polish, wenn es mal schnell gehen muss, immer Gel Polish, und dann hier nochmal ein, und zwar, oh, so ein geiler Nude Ton, seht euch das an, ist der nicht geil, oh, ich habe, zwei, drei Nude Töne, aber, irgendwie, fehlt mir noch einer, wo ich wirklich sagen könnte, oh, der ist jetzt toll, und den finde ich jetzt echt nicht schlecht, den werde ich natürlich auch gleich probieren, weil ich habe schon so eine Idee im Hinterkopf, dann, Nagellack Ultraviolett, UV-Nagellack, von Studio Max, gucken wir da gleich mal rein, so, Ultraviolett, was ich liebe Lila, ist der geil oder ist der geil oder ist der geil, oh, ist der genial, der ist ja mal richtig cool, ich hoffe, ihr seht das in der Kamera, also, es ist ein richtig schönes, dunkles Violett, vielen, vielen Dank dafür, Sarah, also, Lila geht bei mir natürlich immer, also, Lila, Türkis, sind so, meine Farben, was haben wir hier, dann haben wir hier, ein UV-Gelpolis, Pearl Black, ja, Pearl Black, ja, Pearl Black, ich gucke noch mal rein, das soll die Fleck aufkriegen, so, wow, ein krasses Schwarz, ja, klar, wer hätte es gedacht, aber das Schwarz hat so ein, so ein Glitzerpigment drin, ich weiß nicht, ob das die Kamera jetzt einfängt, aber das hat so, ja, so Glitzerpigmente mit drin, ganz, ganz fein, also, richtig cool, vielen, vielen Dank dafür, Sarah, Schwarz geht natürlich auch immer, das ist eine Farbe, die immer wieder gebraucht wird, vor allem, ihr könnt auch super mit Gelpolis malen, also, ich habe es schon ausprobiert, ihr könnt auch super mit Gelpolis malen, so, und dann haben wir zum Schluss jetzt noch, acht Farben, ich sage ja, oder halt, acht Gele, ähm, ich sage ja, Sarah hat es natürlich gnadenlos übertrieben, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit dem ersten an, packen die mal an die Seite, und holen mal die ersten raus, ja, da hat sich meine Kamera mal dezent verabschiedet, machen wir aber trotzdem weiter mit dem Purple Brown, aber das ist auch, das ist mal ein geiles Braun, also, ich bin ja normalerweise wirklich kein Braun-Fan, ähm, ja, Braun, Rot, Rost, solche Dinge, aber das hier, das hat halt einen echt schönen Schimmer, ich selber würde es jetzt nicht tragen, aber für ein Herbstdesign eignet sich die Farbe nur wirklich echt super, also, vielen, vielen Dank dafür, Sarah, wird natürlich ausprobiert, und eventuell auch ein Designer mitgemacht, und dann kommen wir zu den letzten beiden Gelen, und zwar haben wir jetzt hier einmal das Echo Green, das ist mal ein richtig, richtig cooles Grün, finde ich jetzt, also mir gefallen ja eh so Türkis-Blautöne, wie gesagt, das wisst ihr ja schon, das sind eh so meine Farben, aber das ist halt noch so richtig coolen Schimmer, das ist so ein richtiges, ja, Pastellgrün, aber mit so, Pearly-Effekt, also richtig cool, gefällt mir auch richtig gut, und dann als letztes, und dann als letztes haben wir, wo ist die Farbe, Antique Breath, oh je, oh, auch wieder so ein braun, aber diesmal mit einem lila Stich, auch richtig, richtig cool, wie gesagt, für Herbstdesigns ist das mal richtig genial, also Sarah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich würde sagen, ich hole jetzt euch nochmal alles vor die Kamera, und dann kommen wir sozusagen zum Schluss fort, und ja, ich muss mich erstmal wieder sammeln, würde ich sagen, weil es ist so wahnsinnig viel, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, so Mädels, ich habe euch jetzt nochmal alles vor die Kamera geholt, ich würde sagen, Sarah, du hast es gnadenlos überschritten, das Limit, was wir uns gesetzt haben, ich danke dir wirklich vom Herzen, es hat mich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gefreut, vor allem, es war auch so schön verpackt, und du hast dir da so viel Mühe gegeben, auch mit dem selbstgemachten, oder selbstgemischten Glitzer, also dafür vielen, vielen, vielen Dank, auch das Verfilm, du hast total vom Geruch her meinen Geschmack getroffen, es riecht hier immer noch danach, und ich kann, nicht genug davon bekommen, also es ist richtig genial, ich werde auf jeden Fall ein paar Designs damit machen, wenn ihr was bestimmtes sehen wollt, natürlich, lasst es mich in den Kommentaren wissen, wie zum Beispiel hier dieses Water Marble, mit Nagellack zum Beispiel, oder dieses, diesen Nude Ton von den G-Polish, wenn ihr da ein Design mit haben möchtet, lasst es mich natürlich in den Kommentaren wissen, wie gesagt, liebe Sarah, vielen, 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 vielen Dank, für dieses wunderschöne Tauschpaket, und, ja, ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll, wie gesagt, ich danke dir vom Herzen, und ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen, ihr hattet Spaß daran, genauso wie ich auch, mit, das Päckchen auszupacken, und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, das Video geht eh schon zu lang, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.